Moin Leute, herzlich willkommen zum Tierheim Simulator, beziehungsweise Animal Shelter Simulator. Das Ganze ist noch eine Demo-Version, aber wir werden jetzt einfach mal reingucken, wenn hier schon die Katzen ordentlich ab... Oh Gott, hat die mich gerade angefaucht? Äh, so, wen holen wir heute? Ein Hund, oder? Ja, ich bin Hundetyp. Oh, zack. Nicht, dass ich Katzen nicht auch mögen würde, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Hund oder Katze, nehme ich den Hund. Oh, guck mal, da sind wir im Tierheim. Unseren Hund haben wir damals auch aus dem Tierheim geholt. Ah, hier vorne ist der Hund. Hallo. Oh, du bist aber ein Feini. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, guck mal, der hat auch so ein paar Eigenschaften. Hunger, oh, Hygiene. Das ist aber ein Schmuddeliger. Ja, ist ja gut. Nee, erstmal streichel ich dich. Ja, wer ist ein Feini? Das ist ja geil. Ja, guck mal, der mag Paletto. Muss auch immer drauf achten, der will mit dem Schwanz, dann ist alles gut. So, okidoki. Ich hebe ihn mal auf. Oh Gott. Ich habe mich gerade erschreckt. Was sollen wir jetzt? Take the dog into the wall. Ah, der muss, ah, weil er so ein Stinker ist. Ja, warte, komm mal mit. Ich bringe mich jetzt da rein. So, Stinker. Einmal hier rein. Äh, in die Waschmaschine? Ah, ne, hier. Okay. Ah, jetzt brauche ich hier so einen Schwamm. Zack, so, warte. Jetzt wirst du erstmal eingeschäumt. Ja, guck mal hier. Überall. Auch die Ohren nicht vergessen. Ja, warte, ich muss mal hier gucken, dass wir hier auch alles einschäumen. Einmal andere Seite. Ja, warte. Es muss alles eingeschäumt werden. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, perfekt. Okay. Oh. Einfach der Gartenschlauch. Alles klar. Vorsicht. Oh, warte, ich gehe hier auf die Seite. Und einmal alles abwaschen. Ja, vorsichtig. Ich gucke hier, dass ich... Ich bin ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier auch die Seite. Guck mal, was das für ein Feini ist. Ja. Ja, fertig. Sehr gut. So, dann einmal schön trocken machen. So, vorsichtig. Wir haben unseren Hund eigentlich, glaube ich, nie geföhnt. Und wir haben den immer nur da mit so einem Handtuch abgetrocknet. So, hier, nicht vergessen. Ja, warte, Vorsicht. Ja. Astra, ey, ich bin... Ich bin... Ich soll hier beim Tierheim arbeiten. So, take the dog. Ach so, jetzt muss er wieder zurück, weil er ist sauber. Komm mal mit. Zack. Wir werden eine schöne Familie für dich finden. Vertrau mir. So, hier einmal. Oh, jetzt ist aber noch Hunger. Hunger und Durst. Ach so, hast du ja, warte. Zack. Brauchst du noch mal ein bisschen was zu essen? Use Computer. Ach so, ich muss erst mal was für dich kaufen. Ja, bleib einfach da vorne. Dann müssen wir wahrscheinlich einmal ins Büro oder so. Ja. Sehr gut. Hä? Nee, das ist nicht der. Hä? Ach so, ja, dann benutze ich den Klinik-Computer. Hä? Jetzt ist das da hinten. Egal. So, ich gehe jetzt hier einmal shoppen. Food Kit. Add to Cart. Ja. Und einmal Water Bottle. Add to Cart. Ja, make order. Accept. Sehr gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Wait for a Drone? Das wird mit einer Drohne geliefert? Okay. Als ob. Junge, das ist die Zukunft. Tschüss. Das packe ich jetzt einfach in seine... Ja, da hat jemand schon Kohldampf, ne? Zack. Schön auffüllen. Perfekt. Oh Gott. Ja, ganz ruhig. Du kriegst ja auch noch was zu trinken. So, warte mal. Ich packe das mal hier hin. Jetzt schnapp ich mir nochmal das Wasser. Boah, guck mal. Der mampft auch direkt schon rein. Ja, warte. Hier ist aber auch noch ein bisschen trinken. Sehr gut. So, warte mal. Ich stelle das mal hier hin, weil... Das ist, glaube ich, smarter. Ah, ich soll warten, bis alles leer ist. Alter, der Mann starrt aber auch rein. Und dann soll ich ihn irgendwie streicheln oder so. Take the ball. Achso, gleich kann ich auch mit ihm spielen. So, ja, wer ist denn Feini? Ja, du bist nur Feini. Ja. Ja. Achso, habe ich schon fertig. Oh, nee. Ich wollte ihn nicht aufheben. Welchen Ball denn? Ach, da. Okay, warte mal. Ich nenne den Hund einfach Sally. So hieß nämlich auch mein Hund. Sally, komm. Sally. Hier, komm. Gut. Ja. Ja, warte. Und jetzt. Oh. Äh. Ja, warte. Zack. Zack. Ja, sehr gut. Jetzt. Bring ihn wieder her. Bring ihn wieder her. Fein. Und los. Als ob eine unsichtbare Barriere. Ich soll jetzt eine Kamera kaufen? So, ich lass dich mal hier. Wir spielen gleich weiter, Sally. Ich muss irgendwie eine Kamera kaufen. So, schauen wir doch mal, was es hier Gutes gibt. Einmal eine Kamera. Aber ja, Kamera. Make order. Accept. So, kommt jetzt wieder die Drohne? Ja. Ich glaube, ich muss den Hund ja zur Adoption freigeben, damit der eben ein neues Zuhause findet. Und dafür brauchen wir ja vermutlich Bilder. Oh. Da höre ich sie. Und da landet sie. So, einmal Kamera. Ja, ja. Ich mache hier super Fotos. Sally, komm mal her. So, ja. Feini. Hä? Nee, warte. Warte, warte, warte. Zack. Das war ein gutes Foto. Zack. Oh, oh. Das war jetzt falsch. Nein. Ich will doch nur aus diesem Menü raus. Ah ja. Und die Kamera. Nee, die Bilder brauche ich ja noch. Ja, aber die beiden waren... Die anderen waren Mist. Hä? Warum liegen die denn auf dem Boden? Nee, das... Ich glaube, das erste war am coolsten. So. Das gebe ich jetzt zu dem Scanner. Okay, warte mal. Hier habe ich doch irgendwo einen gesehen. Ja, perfekt. So, einmal einscannen. Ja, ist fertig. Wunderbar. Kennt ihr eigentlich noch einen Scanner? Benutzt man das heutzutage noch? So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Animals in Shelter. Da, da ist das Foto. Print. Nee, Delete. Print. Nee, ich muss es ja nicht printen. Ich will das ja uploaden. Find New Home. Ja, das habe ich jetzt. Okay. Alles schön abgeschickt. Oh, ich habe eine Mail. My name is Abigail. I saw your... Ja, ja, ich habe einen Hund. I want the pet to be happy und gesund. Ja, kommen Sie vorbei. Dann bin ich jetzt hier fertig. Wait until the owner arrives. Ja, noch gehört Ihnen der Hund nicht. Noch ist es meine kleine süße Sally. Ja, wer ist ein kleiner süßer Feini? Wer scheißt immer in meinen Garten? Ja, du. So, wo sind wir jetzt? Oh, da kommen sie. Ja, guten Tag. Hallo, hallo. Kommen Sie rein. Ah, da. Press the right mouse button to pick up the door. Ja, aber das... Hä? Ich muss sie doch erst mal jetzt kennenlernen. Ja, ich weiß. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Place the dog next to the car. Was? Ich will den doch jetzt da nicht einfach reinwerfen. Also, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, ob das hier eine gute Nummer ist. Ich kenne sie ja nicht mal. Nein. Sally! Oh. Tschüss. Wie traurig. The animal is happy. Das ist alles, was zählt. Ah, ich glaube, das wäre kein Job für mich. Ich würde, glaube ich, einfach zu sehr... Ja, ich wäre zu sehr attached. Jetzt machen wir das mit der Katze. Für alle Katzenfreunde. Hallo. Na du? Die Katze nenne ich Ruby. Weil unsere Katze... Wir hatten zwei Katzen. Eine Katze hieß Ruby. Und die andere Leonie. So. Oh, da muss man vorsichtig sein beim Streicheln von einer Katze. Ja, du kleine... Ja, du bist ja auch eine Feine. Ja. Vor allen Dingen am Bauch, das ist immer ganz gefährlich. So. Achso, ich soll dich jetzt hier mitnehmen. Okay. Wie so ein nasser Sack. Wirklich wie so ein nasser Sack hängt sie da. So, komm mal mit. Oh, die Katze hat irgendeine... Ist die Katze krank oder was? Oh ja, guck mal hier. Ach, die hat eine... Die hat eine Zecke, die Katze. Oh, da. Da ist die Tick. Ja, warte, ich zieh dich raus. Ja, sehr gut. Ihhh, guck mal, die ist schon ganz fett. Drop the Tick to the Metal Bowl. Ja, hab ich gemacht. Perfekt. Kommst du wieder mit? Also, erst mal den Tweezer wegtun. Und dann, komm mit Katze, kommst du jetzt in den Käfig. Warum auch immer. Kommst du jetzt in Quarantäne? Achso, nee, das ist dieser Käfig. So, Katze, hier bitte. Zack. Achso, du brauchst jetzt auch Essen und Trinken oder was? Brauchen Katzen das auch? So. Ja, ja, einmal Wasser für dich. Perfekt. Und natürlich auch was zu fressen. Ach, guck mal, du hast auch so richtig schönes, feines Katzenklo. Wehe, das muss ich jetzt gleich sauber machen. Weil ich muss sagen, Katzenklo, finde ich echt ein bisschen nasty. Okay, ich soll ein... Ah, stimmt, ein Laser benutzen. Katzen gehen doch darauf immer mega ab. So, erst mal, erst mal Pet the Cat. Ja, feine, ja. So, wo ist jetzt der Laser? Da. So, Katze. Guck mal. Ja, guck mal hier. Da ist ein Laser. Ja. Jungen, die hat aber ein... Alter, die ist... Die ist richtig... Rallig auf den Laser. So, genügend gespielt. Achso, jetzt kann ich meine Katze auch abgeben. Kommst du auch hier hin? Kann ich dich auch hier rausloggen? Du bist frei. Ah, nee. Sie bleibt... Sie bleibt da stehen. Ich dachte, ich könnte sie befreien wie Free Willy oder so. So, von dir mache ich jetzt auch nochmal ein schönes Foto. So, ja, wie du pennst. Zack. Guck mal, das ist auch an sich so eine Kamera, wo das Foto direkt rausgeballert wird. Ja, ich bin mit meinem Foto dieses Mal nicht hundertprozentig zufrieden. Aber es muss reichen. So, guck mal hier. Ab in den Scanner. So, Kitty Cat. Find new home. Upload Foto. Select. Ja, sehr gut. So. Manual MacLeod. Als ob das die Person Manual heißt. Wie geil ist das denn? Katze. Es heißt jetzt Abschied nehmen. Du bekommst ein neues Zuhause. Hä? Wo ist die Kat... Ach da. Ne. Hä? Wo ist die Katze? Ach da. Kommen sie? Oh. Das ist doch... Oh, sag mal. Kein Grund hier zu hupen. Tschüss. Kitty Katze. Äh, Ruby meine ich. Du warst die beste Katze, die ich je hatte. Animal is happy. All missions completed. Das war es dann auch mit der Demo. Okay Leute, das war es mit einer kleinen Runde vom Tierheim Simulator. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, obwohl das macht keinen Sinn, weil das Spiel ist doch gar nicht draußen, lasst trotzdem ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Palutenkanal sowie weitere Videos. Vielen Dank fürs Zusehen Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss.